Edgar Allan Poe Der entwendete Brief Es war in Paris an einem stürmischen Herbstabend des Jahres 1800 sowieso. Ich saß im dritten Stock des Hauses Nummer 33 in der Rue de Nantes, Fembourg-en-Saint-Germain, in dem nach hinten gelegenen Bibliothekszimmerchen bei meinem Freunde Auguste Dupin und gab mich dem zwiefachen Genuss des Nachdenkens und einer Meerschraumpfeife hin. Seit mindestens einer Stunde hatten wir beide kein Wort gesprochen. Ein zufälliger Beobachter hätte sicherlich geglaubt, wir seien einzig und allein damit beschäftigt, die kräuselnden Rauchwolken zu verfolgen, die in dichten Schwaden das Zimmer füllten. Indessen, was mich betraf, so sah ich dem Gesprächsstoff nach, mit dem wir uns zu einer früheren Stunde desselben Abends eifrig befasst hatten. Ich meine die Affäre aus der Rue Morgue und den geheimnisvollen Mordfall der Marie Roget. Es erschien mir daher als ein wunderliches Zusammentreffen, dass sich die Tür unseres Zimmers plötzlich öffnete und unser alter Bekannter, Herr G., der Polizeipräfekt von Paris, eintrat. Wir begrüßten ihn herzlich, denn wenn wir den Mann auch nicht eben achteten, so war er andererseits doch unterhaltend und wir hatten ihn seit Jahren nicht gesehen. Wir hatten im Dunkeln gesessen und Dupin erhob sich nun, um die Lampe anzuzünden. Er unterließ es jedoch und setzte sich wieder, als G. sagte, er sei gekommen, uns um Rat zu fragen oder vielmehr die Meinung meines Freundes zu hören in einer Amtsangelegenheit, die ihm schon viel Beschwer gemacht habe. »Wenn es eine Sache ist, die Nachdenken erfordert,« bemerkte Dupin, indem er mit Anzünden des Dochtes innehielt, »so ist es besser, wir prüfen sie im Dunkeln.« »Wieder so eine ihrer sonderbaren Ansichten,« sagte der Präfekt, der alles sonderbar nannte, was über sein Begriffsvermögen hinausging und sich daher von einer Legion von Sonderbarkeiten umgeben sah. »Sehr wahr,« sagte Dupin, während er seinen Besuch eine Pfeife reichte und einen bequemen Sessel hinschob. »Um was für Schwierigkeiten handelt es sich diesmal?«, fragte ich. »Hoffentlich nicht wieder eine Mordgeschichte.« »Oh nein, nichts dergleichen. In der Tat, die Sache ist an sich sehr einfach und ich bezweifle nicht, dass wir ganz gut allein damit fertig werden könnten. Aber dann dachte ich, der Fall würde Dupin interessieren, denn er ist höchst sonderbar.« »Einfach und sonderbar,« sagte Dupin. »Nun ja, und doch wieder keins von beiden. Es hat uns alle nur so verwirrt, dass die Geschichte so einfach ist und man ihr doch nicht beikommen kann.« »Vielleicht ist es gerade die Einfachheit der Sache, die sie irreleitet, mein Freund.« »Was für Unsinn, Sie reden,« erwiderte der Präfekt lachtend. »Vielleicht ist das Geheimnis ein wenig zu klar,« sagte Dupin. »Oh Himmel, welch verrückte Idee!« »Ein wenig zu durchsichtig.« »Ha, ha, 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 und tat einen langen, kräftigen und nachdenklichen Zug aus der Pfeife. Dann rückte er sich im Stuhl zurecht und begann. Ich will es Ihnen in kurzen Worten sagen, doch ehe ich anfange, muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Sache tiefstes Geheimnis ist und größter Diskretion verlangt und dass ich höchstwahrscheinlich meinen Posten verlieren würde, wenn es herauskäme, dass ich Sie jemandem erzählt habe. »Fahren Sie fort«, sagte ich. »Oder auch nicht«, sagte Dupin. »Also gut, ich wurde von sehr hoher Stelle benachrichtigt, dass ein Dokument von höchster Wichtigkeit aus den königlichen Gemächern entwendet worden sei. Die Person, die den Diebstahl ausführte, kennt man, das steht fest, denn sie wurde bei der Tat beobachtet. Man weiß ferner, dass sie noch im Besitze des Dokumentes ist.« »Woher weiß man das?«, fragte Dupin. »Das ergibt sich aus der Natur des Dokumentes selbst und daraus, dass gewisse Ergebnisse nicht eingetreten sind, die unausbleiblich erfolgen würden, wenn er dieses Papier aus den Händen gäbe, das heißt, wenn er es so anwendete, wie er im Grunde beabsichtigen muss.« »Seien Sie ein bisschen deutlicher«, sagte ich. »Schön, ich kann so weit gehen, zu sagen, dass das Papier seinen gegenwärtigen Besitzer eine gewisse Macht verleiht an einer gewissen Stelle, wo diese Macht von ungeheurem Werte ist.« Der Präfekt liebte es, sich diplomatisch auszudrücken. »Ich verstehe immer noch nicht ganz«, sagte Dupin. »Nicht? Also, würde der Inhalt des Dokumentes einer dritten Person, die ich hier ungenannt lassen will, eröffnet, so würde das die Ehre einer sehr hochstehenden Persönlichkeit in ein schlechtes Licht setzen, und dieser Umstand gibt dem Inhaber des Papiers ein Übergewicht über die erlauchte Person, deren Ruhe und Ehre dadurch gefährdet ist.« »Aber dieses Übergewicht«, warf ich ein, »würde dann nur bestehen, wenn der Dieb wüßte, dass der Bestohlene selbst genaue Kenntnis von der Person des Täters hat.« »Wer aber könnte wagen?« »Der Dieb«, sagte G., »ist der Minister D., der alle Dinge wagt, ob sie einem Ehrenmanne nun anstehen oder nicht.« Das Vorgehen des Diebes war ebenso sinnreich als kühn. Die hohe Persönlichkeit hatte das fragliche Dokument, einen Brief, frei herausgesagt, bekommen. Als sie sich alleine im königlichen Boudoir befand. Während sie ihn las, wurde sie plötzlich durch den Eintritt einer anderen hohen Person gestört, der nämlichen, von der sie gerade diesen Brief geheim zu halten wünschte. Nach einem hastigen und vergeblichen Versuch, den Brief in ein Schubfach zu werfen, war sie genötigt, ihn, offen wie er war, auf einen Tisch zu legen. Indessen lag die Adresse zuoberst, und da der Inhalt also nicht sichtbar war, fiel der Brief nicht weiter auf. So standen die Dinge, als der Minister D. eintrat. Sein Luchsauge erblickte sofort das Papier, erkennt die Handschrift der Adresse, bemerkt die Verwirrung des Adressaten und errät sein Geheimnis. Nach einigen geschäftlichen Unterhandlungen, die er in gewohnter Weise schnell abwickelt, zieht er einen Brief aus der Tasche, der dem in Frage stehenden einigermaßen gleicht. Öffnet ihn, tut, als lese er ihn, und legt ihn dann dicht neben den anderen nieder. Wieder spricht er etwa 15 Minuten über die öffentlichen Angelegenheiten. Schließlich verabschiedet er sich und nimmt vom Tisch den Brief, auf den er kein Anrecht hatte. Der rechtmäßige Besitzer sah dies, wagte aber natürlich nicht in Gegenwart jener dritten Person, die dicht an seiner Seite saß, die Sache zu erwähnen. Der Minister entfernte sich, seinen eigenen, ganz unwichtigen Brief auf dem Tisch zurücklassen. »Da haben Sie also«, sagte Dupont zu mir, »genau das, was Sie als Bedingung für das Übergewicht für erforderlich halten. Der Räuber weiß, dass der Beraubte ihn als den Räuber kennt.« »Ja«, entgegnete der Präfekt. »Und die derart erlangte Gewalt wird nun schon seit Monaten in gefährlichem Umfang zu politischen Zwecken ausgenutzt. Die bestohlene Person erkennt mit jedem Tage mehr die Notwendigkeit, den Brief zurückzuerlangen. Das kann aber natürlich nicht offen geschehen. In ihrer Verzweiflung hat sie schließlich mir die Angelegenheit übertragen.« »Denn wie hätte sie sich«, sagte Dupont und stieß eine gewaltige Rauchwolke aus, »einen scharfsinnigeren Vermittler wünschen oder auch nur vorstellen können?« »Sie schmeicheln«, entgegnete der Präfekt. »Aber es ist möglich, dass eine solche Art Ansicht vorlag.« »Es ist, wie Sie selbst bemerkt haben, klar«, sagte ich, »dass der Brief sich noch in den Händen des Ministers befindet, denn dieser besitzt und nicht etwa irgendeine Anwendung des Briefes ist es, was Macht verleiht. Mit der Ausbeutung des Briefes ist die Macht dahin.« »Sehr wahr«, sagte G., »und von dieser Überzeugung ging ich aus. Meine erste Sorge war, das Palais des Ministers gründlich zu durchsuchen. Die Schwierigkeit lag nun darin, dies ohne sein Wissen zu bewerkstelligen. Ich wurde nämlich vor der Gefahr gewarnt, die daraus entstehen würde, wenn er unsere Absicht abgewöhnte.« »Nun«, sagte ich, »Sie sind in solchen Nachforschungen ja durchaus bewandert. Die Pariser Polizei hat dergleichen schon oft vorgenommen.« »Ja, gewiß, und darum verzweifelte ich auch nicht. Überdies boten mir die Lebensgewohnheiten des Ministers einen großen Vorteil. Er ist oft die ganze Nacht nicht zu Hause. Seine Dienerschaft ist keineswegs zahlreich. Ihre Schlafzimmer liegen in ziemlicher Entfernung von den Wohnräumen des Herrn. Die Leute sind übrigens zum großen Teil Napolitaner und daher leicht betrunken zu machen. Wie Sie wissen, habe ich Schlüssel, mit denen nicht jedes Zimmer in Paris öffnen kann. Seit drei Monaten ist kaum eine Nacht vergangen, in der ich nicht mehrere Stunden lang persönlich das Deschepalais durchstöbert habe. Meine Ehre steht nun auf dem Spiel und, ganz im Geheimen, die Belohnung ist ungewöhnlich hoch. Ich gab also die Suche nicht eher auf, als bis ich vollkommen davon überzeugt war, dass der Dieb schlauer sei als ich. Ich habe sicherlich jede Ecke und jeden Winkel durchforscht, indem man nur irgendwo das Papier verstecken könnte. »Aber ist es nicht vielleicht möglich,« mutmaßte ich, »dass der Minister den Brief anderswo als in seinem eigenen Hause verborgen hat?« »Das ist kaum möglich,« sagte Dupin, »die gegenwärtige Lage der Dinge bei Hofe und vor allem jene Intrigen in D, wie man weiß, verwickelt ist, lassen die jederzeitige sofortige Verwendbarkeit des Dokumentes die Möglichkeit, es immer vorweisen zu können, als einen ebenso wichtigen Punkt erscheinen, wie der Besitz desselben es ist.« »Die Möglichkeit, es vorzuweisen?«, fragte ich. »Nämlich, um es gleich vernichten zu können,« sagte Dupin. »Ja, das ist richtig,« bemerkte ich. »Das Papier ist also bestimmt im Hause. Dass der Minister dasselbe etwa beständig bei sich trage, kommt wohl gar nicht in Frage.« »Nein,« sagte der Präfekt, »er ist zweimal von meinen Leuten in der Maske von Straßenräubern angefallen und unter meinen eigenen Augen gründlich durchsucht worden.« »Diese Mühe hätten Sie sich sparen können,« sagte Dupin. »D ist, denke ich, kein ganzer Narr und muss daher solche Überfälle vorausgesehen haben.« »Wohl nicht ein ganzer Narr,« sagte G, »aber er ist ein Dichter und solche Leute stehen den Narren nicht allzu fern.« »Gewiß,« sagte Dupin, nach einem nachdenklichen langen Zuge aus seiner Meerschaumpfeife, »aufschau ich auch hier und da Knüttelfersen verbrochen habe.« »Wie wäre es,« sagte ich, »wenn Sie uns die Einzelheiten Ihrer Suche darlegen würden?« »Schön. Die Sache ist die, dass wir uns Zeit ließen und überall suchten. In solchen Dingen habe ich große Erfahrungen. Ich nahm das ganze Haus vor, Zimmer nach Zimmer, und jedem Einzelnen widmete ich die Nächte einer ganzen Woche. Zunächst untersuchten wir in jedem Raum die Möbel. Wir öffneten alle möglichen Schubfächer. Ich nehme an, Sie wissen, dass es für einen gut geschulten Polizeiagenten so etwas wie ein Geheimfach nicht gibt. Der Mann, dem bei einer solchen Untersuchung ein Geheimfach entgeht, ist ein Tölpel. Die Sache ist ja so einfach. Das ist doch der Raum, der Umfang, bei dem man jeden Schreibtisch im Auge haben muss. Es ist doch nicht schwer zu berechnen, ob der von außen sichtbare Raum eines Möbels von den Fächern wirklich ausgefüllt wird. Und dann haben wir unsere ganz bestimmten Regeln. Nicht der 50. Teil einer Linie könnte uns entgehen. Nach den Schreibtischen und Kommoden nahmen wir uns die Stühle vor. Die Sitze untersuchten wir mit den langen, dünnen Nadeln, die sie mich gelegentlich schon anwenden sahen. Von den Tischen entfernten wir die Platten. Warum das? Die Person, die einen Gegenstand zu verbergen wünscht, tut das manchmal in der Weise, dass sie die Platte eines Tisches oder ähnliches Möbelstück entfernt, ein Bein desselben aushöhlt, den Gegenstand in die Höhlung legt und die Platte wieder aufsetzt. In derselben Weise benutzt man die Füße und Knäufe der Bettpfosten. Könnte man so eine Höhlung nicht durch Klanguntersuchungen entdecken? sagte ich. Unmöglich, falls der Gegenstand beim Hineinlegen genügend in Watte gebettet wurde. Übrigens waren wir in diesem Falle genötigt, geräuschlos vorzugehen. Aber sie konnten doch unmöglich alle Möbelstücke auseinandernehmen, in denen ein Versteck, wie Sie es soeben beschrieben haben, hätte angelegt sein können. Ein Brief kann spiralförmig so dünn zusammengerollt werden, dass er in Form und Umfang nicht anders ist als eine große Sticknadel, und in solcher Form könnte er zum Beispiel bequem in einer ganz dünnen Stuhlleiste untergebracht werden. Sie nehmen doch wohl nicht alle Stühle auseinander. »Gewiß nicht, aber wir taten etwas Besseres. Wir prüften sämtliche Stuhlleisten und überhaupt die Verbindungsstellen sämtlicher Möbel im Hause mithilfe eines sehr starken Vergrößerungsglases. Wäre irgendwo die geringste Spur einer jüngst vorgenommenen Veränderung gewesen, so hätten wir sie unfehlbar entdecken müssen. Ein einziges Körnchen Holzmehl zum Beispiel wäre unserem bewaffneten Auge in der Größe eines Apfels erschienen. Jede Verschiebung an den zusammengeleimten Stellen, ein ungewöhnliches Klaffen der Fugen, hätte genügt, eine Entdeckung herbeizuführen. Ich nehme an, dass Sie auch die Spiegel zwischen Rückwand und Glasplatte untersuchten, sowie die Betten, Leintücher, Vorhänge und Teppiche? Natürlich, und nachdem wir auf diese Weise jeden Einrichtungsgegenstand untersucht hatten, nahmen wir das Haus selbst in Angriff. Wir teilten sämtliche Wand- und Bodenflächen in Felder ein, die wir nummerierten, sodass keines übersehen werden konnte. Dann durchforschten wir jeden Quadratzoll des Hauses und der beiden Nachbarhäuser mit dem Mikroskop. Der beiden Nachbarhäuser, rief ich aus, da hatten sie aber eine ungeheure Arbeit. Das hatten wir auch, aber die angebotene Belohnung ist ungemein hoch. Sie hatten auch die angrenzenden Bodenflächen mit eingeschlossen, die Höfe und so weiter? Höfe und Wege sind mit Ziegelsteinen gepflastert. Sie machten uns verhältnismäßig geringe Mühe. Wir prüften das Moos zwischen den Steinen und fanden nichts Verdächtiges. Selbstverständlich blickten sie auch in D.'s Papiere und in die Bücher seiner Bibliothek. Gewiß, wir öffneten jeden Stoß und jedes Päckchen. Wir öffneten nicht nur jedes Buch, um es, wie einige unserer Polizeioffiziere das tun, nur zu schütteln, sondern wir wendeten Seite um Seite um. Wir maßen auch die Dicke jedes Buchdeckels mit peinlichster Sorgfalt und arbeiteten auch hier mit dem Mikroskop. Irgendeine unlängst vorgenommene Verletzung der Einbände hätte unserem Augenmerk unmöglich entgehen können. Vier oder fünf Bände, die gerade vom Buchbinder gekommen waren, prüften wir eingehend der Länge nach mit den Nadeln. »Sie durchforschten den Fußboden unter den Teppichen?« »Selbstredend, wir entfernten alle Teppiche und untersuchten die Bretter mit dem Mikroskop.« »Und ebenso die Wandtapeten?« »Auch diese.« »Sie suchten in den Kellern?« »Ja.« »Dann,« sagte ich, »haben Sie einen Fehlschluss getan, und der Brief ist nicht mehr, wie Sie vermuten, im Hause selbst.« »Ich fürchte, darin haben Sie recht,« sagte der Präfekt. »Und nun, Dupin, was sagen Sie, was Sie mir raten würden?« »Das Haus noch mal gründlich zu durchsuchen.« »Das ist durchaus zwecklos,« erwiderte G., »ich bin wie von meinem Leben davon überzeugt, dass der Brief nicht im Palais ist.« »Einen besseren Rat kann ich Ihnen nicht geben,« sagte Dupin, »Sie besitzen natürlich eine genaue Beschreibung des Briefes.« »Oh ja,« und der Präfekt zog ein Notizbuch heraus und las eine genaue Beschreibung der inneren und namentlich der äußeren Beschaffenheit des vermissten Dokumentes vor. Bald, nachdem er die Vorlesung beendet, verabschiedete er sich, niedergedrückter als ich ihn je vor dem Gesehen. Etwa einen Monat später machte er uns wiederum einen Besuch und fand uns ziemlich bei derselben Beschäftigung wie damals. Er ließ sich einen Stuhl und eine Pfeife reichen und begann ein gleichgültiges Gespräch. Endlich sagte ich, »Nun geh, erzählen Sie doch, wie steht's denn mit dem entwendeten Brief? Ich glaube, Sie sind wohl doch zu der Überzeugung gekommen, dass es eine Unmöglichkeit ist, den Minister zu übertölpeln.« »Verflucht, ja. Ich habe Dupins Rat folgend noch einmal alles durchsucht. Doch alle Arbeit war umsonst, wie ich mir schon dachte.« »Wie groß, sagten Sie, ist die angebotene Belohnung?«, fragte Dupin. »Nun, sehr groß, wirklich sehr groß. Ich möchte die genaue Summe nicht angeben, aber eins kann ich sagen. Ich selbst würde demjenigen, der mir den Brief verschaffte, sofort einen Scheck von 50.000 Franken ausstellen. Tatsache ist, dass der Fall von Tag zu Tag schlimmer, dringlicher wird und die Belohnung wurde verdoppelt. Aber auch wenn sie verdreifacht würde, könnte ich doch nicht mehr tun, als ich getan habe.« »Ja, ich meine, geh,« sagte Dupin gedehnt und tat ein paar kräftige Züge aus der Meerschaumpfeife. »Sie haben noch nicht Ihr Äußerstes getan. Sie könnten noch etwas mehr tun, denke ich. Hä?« »Wie meinen Sie denn das?« »Nun, paff, paff. Sie könnten, paff, paff, Rat einholen wie, paff, paff, paff. »Kennen Sie die Geschichte, die man von Abernathy erzählt?« »Rein zum Henker mit Abernathy.« »Gewiss, zum Henker mit ihm, aber da war einmal ein reicher Geizhals, der wollte diesen Abernathy gern umsonst konsultieren. In dieser Absicht lud er ein paar Leute zu sich ein und erzählte während der Unterhaltung dem Arzt den Krankheitsfall einer gedachten Person. »Nehmen wir an,« sagte der Geizhals, »die Symptome seien die und die. Nun, Doktor, was würden Sie ihm wohl zu nehmen verordnet haben?« »Nehmen,« sagte Abernathy, »ärztlichen Rat natürlich.« »Ja,« sagte der Präfekt ein wenig betroffen, »ich bin ja ganz willig, Rat zu nehmen und dafür zu bezahlen. Ich würde wirklich demjenigen, der mir in der Sache helfen würde, 50.000 Franken geben.« »Nun, wenn es sich so verhält,« sagte Dupin aus seinem Schubfach ein Scheckbuch nehmend, »können Sie mir die erwähnte Summe sofort hierher schreiben. Wenn Sie unterzeichnet haben, werde ich Ihnen den Brief aushändigen.« Ich war aufs Höchste verblüfft. Der Präfekt schien wie vom Blitz getroffen. Sprachlos, mit offenem Mund und aufgerissenen Augen starrte er Dupin an. Dann, als er sich ein wenig erholt hatte, nahm er eine Feder und unter mehrfachen Pausen und fragenden Blicken füllte er das Formular auf die Summe von 50.000 Franken aus, unterzeichnete es und reichte es meinem Freund über den Tisch. Dieser prüfte es sorgsam und legte es in seine Brieftasche. Dann schloss er seinen Schreibpult auf, entnahm ihm einen Brief und reichte ihm den Präfekten. Der Beamte ergriff ihn, halb berauscht vor Freude, öffnete ihn mit zitternder Hand und warf einen schnellen Blick auf die Zeilen, suchte hastend und taumelnd die Tür und eilte ohne Abschied davon. Seit Dupin ihn aufgefordert, den Scheck auszufüllen, hatte er kein Wort mehr gesprochen. Als er gegangen war, gab mein Freund mir Aufklärung. Die Pariser Polizei, sagte er, ist in ihrer Weise sehr geschickt. Sie ist ausdauernd, pfiffig und scharfsinnig und in allen Dingen bewandert, die ihre Pflichten ihr auferlegen. Als darum G. uns auseinandersetzte, in welcher Weise er die Durchsuchung des Ministerpalais vorgenommen, war ich ganz und gar überzeugt, dass er gründliche Arbeit getan hatte, soweit sein Spürfeld eben reichte. »Soweit sein Spürfeld reichte?«, fragte ich. »Ja«, sagte Dupin. »Die angewandten Maßnahmen waren nicht nur in ihrer Art die besten, sondern auch auf das Vollkommenste ausgeführt. Wäre der Brief im Bereich ihrer Suche niedergelegt gewesen, so hätten diese Leute ihn zweifellos gefunden.« Er hat sich ein bestimmtes System gebildet und das daran bestand in klugen Beobachten und in der Berechnung der Scharfsinnigkeit seines jeweiligen Gegners. Nehmen wir zum Beispiel an, sein Gegner sei ein rechter Einfallspinsel und fragt, die geschlossenen Hände hinhaltend, gerad oder ungerad. Unser Junge antwortet, ungerad und verliert. Beim nächsten Mal aber gewinnt er, denn inzwischen hatte er sich gesagt, der Tropf hat beim ersten Mal die gerade Zahl in der Hand und seine Pfiffigkeit reicht sicherlich nur hin, jetzt eine ungerade zu haben. Ich werde darum ungerad sagen. Er tut es und gewinnt. Bei einem etwas schlaueren Einfallspinsel als dieser erste gewesen, würde er folgenden Schluss gezogen haben. Er hat gehört, dass ich beim ersten Mal ungerad gesagt habe, sein erster Einfall wäre natürlich genau wie bei dem anderen, mit gerad und ungerad abzuwechseln. Dann wird ihm aber gleich der Gedanke kommen, dass dies zu einfach sei. Und er wird sich dahin entscheiden, wie beim ersten Mal eine gerade Zahl zu wählen. Ich werde also gerad sagen. Er tut es und gewinnt. Worin besteht nun eigentlich die Methode der Schlussfolgerung bei diesem Schuljungen, von dem seine Kameraden sagen, dass er einfach Glück habe? Der Überlegene, sagte ich, sucht seinen Intellekt mit dem seines Gegners zu identifizieren. So ist es, sagte Lupin. Und als ich den Knaben fragte, wie ihm diese vollkommene Identifizierung gelänge, in der sein Erfolg bestände, bekam ich folgende Antwort. Wenn ich herausbekommen will, wie klug oder wie dumm, wie gut oder wie böse irgendjemand ist oder was für Gedanken er gerade hat, so suche ich den Ausdruck meines Gesichtes so viel als möglich dem seinigen anzupassen. Und dann warte ich ab, was für Gedanken oder Gefühle in mir aufsteigen und dem Gesichtsausdruck entsprechen. Diese Antwort des Schuljungen bildet die Grundlage zu all den scheinbaren Scharfsinn, den man Rochefoucault, La Bruyere, Machiavelli und Campanella zugeschrieben hat. Wenn ich sie richtig verstehe, sagte ich, so hängt die Identifizierung des Intellektes des Schlussfolgenden mit dem seines Gegners davon ab, wie scharf der Erste den Intellekt seines Gegners abzuschätzen vermag. »Ja, ihr praktischer Wert hängt durchaus davon ab«, erwiderte Dupang. »Und eben aus diesem Mangel an diesem Identifizierungsvermögen gehen der Präfekt und seine Kohorte so häufig fehl und ferner auch, weil sie die Höhe des jeweiligen Intellektes, mit dem sie es zu tun haben, falsch oder gar nicht abzuschätzen vermögen. Sie rechnen immer nur mit ihrem eigenen Scharfsinn. Wenn sie etwas Verborgenes suchen, so denken sie immer nur daran, wie sie selbst es versteckt haben würden. Sie haben ja so ziemlich recht, wenn sie ihre eigene Erfindungsgabe für die große Masse als Maßgebende achten. Wenn aber der Scharfsinn des verbrecherischen Individuums sich in seinem Grundwesen von ihrem eigenen unterscheidet, so entgeht der Verbrecher ihnen natürlich. Dies geschieht immer, sobald er ihnen geistig überlegen ist und auch sehr häufig, wenn er ihnen geistig nachsteht. Sie haben für ihre Nachforschungen eine feststehende Norm, von der sie nie abweichen, höchstens erweitern oder übertreiben sie ihre altgewohnte praktische Methode, wenn irgendwelche außergewöhnlichen Umstände, wie zum Beispiel eine hohe Belohnung, sie besonders antreiben. Das Prinzip aber bleibt stets dasselbe. Betrachten wir einmal den vorliegenden Fall. Was hat man getan, dass auch nur im Geringsten von der gewohnten Untersuchungsmethode abgewichen wäre? Was ist das Bohren und Prüfen und Klopfen und mikroskopische Untersuchen und Einteilen des Hauses in nummerierte Quadrate? Was ist es denn anderes als ein Übertreiben in der Anwendung ihres eigenen Prinzips, das auf der geringen Kenntnis menschlichen Scharfsinnes aufgebaut ist, die diese Leute eben haben und das der Präfekt in gewohnter Pflichterfüllung immer wieder anwendet? Haben Sie nicht bemerkt, dass es ihm als ganz ausgemacht gilt, dass alle Menschen, wenn sie einen Brief verstecken wollen, ihn, wenn auch nicht gerade in einem ausgehüllten Stuhlbein, so doch wenigstens in irgendeinem verborgenen Loch oder Winkel unterbringen würden, infolge derselben Gedankenreihe, die einen Mann veranlassen würde, einen Brief in einem ausgehüllten Stuhlbein zu verbergen? Und sehen Sie nicht ebenso klar, dass solche geheimen Verstecke nur in einfachen Fällen und bei gewöhnlichen Intellekten Anwendung finden? Denn fast immer, wenn es sich um das Verbergen eines Gegenstandes handelt, wird man so besonders versteckte Orte wählen und die Entdeckung hängt also nicht lediglich von dem Scharfsinn, aber durchaus von der Sorgfalt, Geduld und Ausdauer des Suchenden ab. Und war der Fall von Bedeutung oder, was in den Augen der Polizei dasselbe ist, war die Belohnung bedeutend, so haben die genannten Eigenschaften stets zum Ziel geführt. Sie werden nun verstehen, was ich meinte, als ich die Vermutung aussprach, dass der entwendete Brief zweifellos gefunden worden wäre, wenn er im Untersuchungsbereich des Präfekten niedergelegt worden wäre. Mit anderen Worten, wenn man bei der Verbergung desselben von der gleichen Grundanschauung ausgegangen wäre, wie der Präfekt bei seiner Suche sie anwendet. Der Beamte ist jedoch in seinen Berechnungen geschlagen worden und die verborgene Ursache seiner Niederlage liegt in der falschen Annahme, der Minister sei ein Narr, weil er zufällig den Ruf eines Dichters genießt. Alle Narren sind Dichter, das hat der Präfekt so im Gefühl und er macht sich nur eines non distributo medii schuldig, wenn er daraus schließt, dass alle Dichter Narren seien. Aber ist denn dieser wirklich der Dichter? fragte ich. Es sind zwei Brüder, wie ich weiß, und beide haben als Schriftsteller einen Namen. Der Minister, glaube ich, hat eine gelehrte Abhandlung über Differenzialrechnung geschrieben. Er ist ein Mathematiker und kein Dichter. Sie irren sich. Ich kenne ihn gut, er ist beides. Als Dichter und Mathematiker versteht er schlau zu überlegen. Als bloßer Mathematiker verstünde er überhaupt nicht zu Schlussfolgern und wäre sicherlich dem Präfekten in die Hände gefallen. Sie überraschen mich, sagte ich. Ihre Anschauung wird von der ganzen Welt Lügen gestraft. Sie werden doch wohl nicht eine seit Jahrhunderten fest begründete Ansicht umstoßen wollen. Die Vernunft des Mathematikers gilt seit langem, als die Überlegungsfähigkeit par excellence. Il n'y a pas rien, sagte Blupin, schon fortsitierend. Ich gebe zu, dass die Mathematiker ihr Bestes getan haben, die allgemeine, aber irrige Ansicht, auf die sie hinweisen, zu verbreiten. So haben sie zum Beispiel mit einer Kunstfertigkeit, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre, den Ausdruck Analyses in die Algebra eingebracht. Die Franzosen sind es, denen wir diesen Ruf verdanken, soll aber eine Bezeichnung überhaupt Bedeutung haben, soll ein Wort nach seiner Anwendbarkeit bewirkt werden, so stehen Analyses und Algebra etwa im selben Verhältnis zueinander, wie der lateinische Ausdruck Ambitus unserem Wort Ehrgeiz, Religion oder Hominis Honesti, ehrenwerte Männer in sich schließt. Sie scheinen demnächst einen Feldzug gegen die Pariser Algebraisten zu planen, sagte ich, doch bitte nur weiter. Ich bestreite die philosophische Berechtigung eines Systems, das anders als mit abstrakter Logik arbeitet. Ich bestreite im Besonderen ein aus mathematischen Studien abgeleitetes Philosophieren. Mathematik ist die Lehre von Form und Größe. Die Philosophie der Mathematiker ist weiter nichts als auf Beobachtung von Form und Größe aufgebaute Logik. Der große Irrtum liegt in der Annahme, dass die Wahrheiten dessen, was man reine Algebra nennt, abstrakte oder allgemeine Wahrheiten seien. Und dieser Irrtum ist so ungeheuer, dass ich es gar nicht begreifen kann, wie man ihm so allgemein verfallen konnte. Mathematische Axiome sind keine Axiome von allgemeingültiger Wahrheit. Was relativ wahr ist, also in Beziehung auf Form und Größe, ist zum Beispiel durchaus falsch in moralischer Hinsicht. In der Morallehre ist es meistenteils unwahr, dass die zusammengefassten Einzelteile dem Ganzen entsprechen. Auch in der Chemie ist das Axiom nicht anwendbar, ebenso wenig in der Lehre von der Bewegung. Denn zwei Bewegungen, jede von einem gegebenen Wert, wenn sie gemäß ihrer Einzelwerte zu einer Summe vereinigt werden. Es gibt zahlreiche andere mathematische Wahrheiten, die nur innerhalb ihrer relativen Grenzen Wahrheiten darstellen. Aber der Mathematiker schließt aus Gewohnheit, nach seinen begrenzten Wahrheiten, als ob sie von einer absoluten, allgemeinen Anwendbarkeit wären, wie man dies in der Tat allgemein annimmt. Briard erwähnt in seiner geistvollen Mythologie eine ähnliche Quelle des Irrtums, indem er sagt, obgleich die Fabeln der Helden nicht geglaubt werden, vergisst man sich doch immer wieder und zieht Folgerungen aus ihnen, als ob sie bestehende Wirklichkeiten wären. Bei den Algebraisten nun, die selber Heiden sind, werden die Heidenfabeln geglaubt und die Folgerungen gezogen, nicht so sehr aus Gedankenlosigkeit, als vielmehr aus einer erklärlichen Geistesverwirrung. Kurz, ich bin noch nie einem reinen Mathematiker begegnet, dem man über seine Quadratwurzel hinaus irgendwie hätte trauen können, oder einem, der es nicht im Stillen als Glaubenssache betrachtet hätte, dass x2 plus px unbedingt und unwiderleglich gleich q sei. Bitte machen Sie die Probe und sagen Sie einem dieser Herren, Sie glaubten, dass Fälle vorkommen könnten, wo x2 plus px nicht gleich q sei. Ich möchte Ihnen raten, schleunigstreis auszunehmen, sobald er verstanden hat, was Sie eigentlich meinen, denn zweifellos wird er versuchen, Sie niederzuhauen. Ich will damit sagen, fuhr Dupin fort, während ich über seine letzteren Betrachtungen fröhlich lachte, dass der Präfekt nicht nötig gehabt hätte, mir diesen Scheck auszustellen, wenn der Minister nichts als Mathematiker gewesen wäre. Ich kannte ihn jedoch als Mathematiker und Dichter und meine Maßnahmen richteten sich nach seinen Fähigkeiten unter besonderer Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse. Ich wusste, dass er ein Hofmann und kühner Intrigant war. Ich folgerte also, dass solch ein Mensch mit den üblichen polizeilichen Maßnahmen gut vertraut sein müsse. Er musste, und die Ereignisse haben dies bewiesen, die fingierten Raubanfälle vorausahnen. Er muss, so überlegte ich weiter, die geheimen Haussuchungen vorausgesehen haben. Seine häufigen nächtlichen Abwesenheiten, die der Präfekt so freudig als unerwartete Glücksfälle begrüßte, erachte ich lediglich als List, um der Polizei Gelegenheit zu gründlichen Nachforschungen zu geben und ihr möglichst schnell die Überzeugung beizubringen, zu der G. ja tatsächlich auch schließlich gelangte, dass der Brief sich nicht im Hause befinden könne. Ich fühlte auch, dass die ganze Gedankenreihe, die ich Ihnen soeben mit einiger Mühe entwickelte, nämlich das unveränderliche Prinzip, nach dem die Polizei ihre Maßnahmen bei der Suche nach versteckten Dingen richtet. Ich fühlte, dass dieser ganze Ideengang notwendigerweise auch dem Minister kommen musste und dass er ihn zwingend dahin führen würde, alle die gewöhnlichen Versteckplätze zu vermeiden. Dieser Mann, sagte ich mir, konnte unmöglich so beschränkt sein, sich nicht selbst vor Augen zu halten, dass die allerverborgensten Winkel seines Palais in den Nachforschungen, den Bohrern und Mikroskopen des Präfekten so offen darliegen würden, wie seine unverschlossenen Wohnräume. Kurzum, ich erkannte, dass er ganz selbstverständlich zu den allereinfachsten Maßnahmen gedrängt werden musste, falls er sie nicht schon freiwillig gewählt haben sollte. Sie werden sich vielleicht erinnern, in welch ein Gelächter der Präfekt ausbrach, als ich bei unserer ersten Unterredung die Mutmaßung äußerte, dass dies Geheimnis ihm vielleicht darum so viel Arbeit mache, weil es gar nicht so verwickelt sei. Ja, sagte ich, ich erinnere mich noch gut an seinen Heiterkeitsausbruch. Ich dachte wirklich, er würde doch in Krämpfe fallen. Die materielle Welt, fuhr Dupin fort, hat strenge Analogien mit der immateriellen Welt und darum hat das rhetorische Dogma, dass eine Metapher oder ein Gleichnis geeignet sein soll, ein Argument zu erhärten oder eine Beschreibung zu verschönern, einen Schimmer von Wahrheit. So scheint zum Beispiel das Prinzip der Vis Inertiae in der Physik und Metaphysik identisch zu sein. Wenn die Physik behauptet, dass ein großer Körper schwerer in Bewegung zu setzen ist als ein kleiner und dass seine nachherige Geschwindigkeit zu dieser Schwierigkeit in entsprechendem Verhältnis steht, so sagt sie keine größere Wahrheit als die Metaphysik, wenn sie den Satz aufstellt, dass stärkere Intellekte als solche, die fester und in ihren Regungen reicher sind, als solche schwächeren Grades, dennoch weniger leicht beweglich, vielmehr leichter verwirrt und in ihren ersten Schritten zögernder sind. Ferner haben sie jemals beobachtet, welche Art von Schildern an den Kaufmannsläden am meisten Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich habe nie drüber nachgedacht, sagte ich. Es gibt ein Rätselspiel, sagte Dupin weiter, das auf einer Landkarte gespielt wird. Die eine Partei verlangt von der anderen, dass sie ein gegebenes Wort finde, den Namen einer Stadt, eines Flusses, einer Provinz, eines Staates, irgendein Wort, das in dem Durcheinander von Benennungen auf der Karte zu finden ist. Ein Neuling in diesem Spiel sucht gewöhnlich seine Gegner dadurch zu verwirren, dass er ihnen Namen von allerkleinster Schrift zu suchen gibt. Der Erfahrene aber wählt solche Worte, die in großen Lettern von einem Ende der Karte zum anderen laufen. Diese entgehen gleich den übergroßen Plakaten und Schilderaufschriften in den Straßen, der Beobachtung infolge ihrer übertriebenen großen Sichtbarkeit und dieses physische Übersehen ist genau analog der Unachtsamkeit, mit der der Intellekt jene Erwägungen unbeachtet lässt, die zu aufdringlich und zu naheliegend und selbstverständlich sind. Doch das ist eine Sache, scheint mir, die für das Begriffsvermögen des Präfekten zu hoch oder zu niedrig ist. Er hielt es nie für wahrscheinlich, aber für möglich, dass der Minister den Brief aller Welt vor die Nase gelegt hätte, um eben auf diese Weise alle Welt von der Entdeckung fernzuhalten. Doch je mehr ich über das kühne, wagemutige, besondere Wesen des nachdachte, über die Tatsache, dass er das Dokument immer zur Hand haben musste, um es verwerten zu können und über das von dem Präfekten erzielte Ergebnis, demzufolge es nicht innerhalb der Grenzen des Untersuchungskreises jenes Würdenträgers verborgen war, desto überzeugter wurde ich, dass der Minister, um den Brief zu verbergen, zu dem verständlichen und scharfsinnigen Mittel gegriffen hatte, ihn gar nicht zu verbergen. Ganz erfüllt von diesem Gedanken versah ich mich mit einer grünen Brille und sprach eines Morgens wie zufällig im Ministerpalais vor. Ich fand D. zu Hause. Er gähmte und faulenzte wie gewöhnlich und tat, als langweile er sich aufs Höchste. Er ist vielleicht der tätigste Mensch, den wir jetzt haben, doch das ist er nur, wenn niemand ihn sieht. Um seiner Schlauheit gewachsen zu sein, klagte ich über schwache Augen und die Notwendigkeit, eine Brille tragen zu müssen. Dieselbe diente mir jedoch nur, um ruhig und eingehend den ganzen Raum durchspähen zu können, während ich scheinbar mit ganzer Aufmerksamkeit bei dem Gespräch war, in das ich ihn verwickelt hatte. Besondere Aufmerksamkeit widmete ich einem großen Schreibtisch, neben dem er saß, und auf dem allerlei Briefe und andere Papiere, ein paar kleinere Musikinstrumente und einige Bücher umherlagen. Trotz sorgfältigster Prüfung aber, konnte ich hier nichts finden, was einen Verdacht gerechtfertigt hätte. Ich blickte nun weiter im Zimmer umher und entdeckte schließlich einen zerfetzten Kartenhalter aus Pappe, der an einem verstaubten blauen Band von einem kleinen Messingknopf oben über dem sehr niedrigen Kaminsims herabhing. In diesem Halter, der drei oder vier Abteilungen hatte, steckten fünf oder sechs Visitenkarten und ein einziger Brief. Der letzte war sehr schmutzig und zerknittert. Er war in der Mitte fast ganz durchgerissen, als habe man zuerst die Absicht gehabt, ihn als wertlos fortzuwerfen, habe sich aber dann doch anders besonnen. Er hatte ein großes, schwarzes Siegel, auf dem sehr deutlich der Buchstabe D sichtbar war und war in zierlicher Datenhandschrift an D, den Minister adressiert. Er war sorglos, ja geradezu oberflächlich in das zweitoberste Abteil des Halters gesteckt. Kaum hatte ich diesen Brief erblickt, als ich überzeugt war, das gesuchte Dokument vor mir zu haben. Gewiss, dem Anschein nach war er sehr verschieden von dem, dessen eingehende Beschreibung der Präfekt uns geliefert hatte. Hier war das Siegel groß und schwarz mit dem Chiffre D. Dort war es klein und rot mit dem herzoglichen Wappen der Familie B. Hier war die Adresse zierlich und von weiblicher Hand und an den Minister selbst gerichtet. Dort war die Aufschrift kräftig und kühn und für ein Mitglied des königlichen Hauses bestimmt. Nur das Format bot eine gewisse Ähnlichkeit. Aber gerade die Übertriebenheit dieser Unterschiede war es, was mir auffiel. Der Schmutz, der zerknitterte, zerrissene Zustand des Briefes, der so gar nicht zu der bekannten Ordnungsliebe des passte und so sehr darauf hindeutete, dass hier eine Absicht vorliege, die Wertlosigkeit dieses Dokumentes vorzutäuschen. All diese Dinge in Verbindung mit dem ins Auge fallenden Aufbewahrungsort des Papiers war so ganz zu den Schlussfolgerungen und passte, zu denen ich vorher gelangt war. All diese Dinge, sage ich, waren dazu angetan, Verdacht zu erregen, bei einem, der gekommen war, Verdachtgründe zu finden. Ich dehnte meinen Besuch so lange als möglich aus und verwickelte den Minister in eine eifrige Diskussion über ein Thema, das ihn, wie ich wusste, stark interessierte, während ich meine ganze Aufmerksamkeit dem Briefe zuwandte. Ich wollte mir seine Form und seine Lage im Halter genau einprägen. Bei dieser Gelegenheit machte ich schließlich noch eine Entdeckung, die mir die letzten Zweifel nahm. Die Ränder des Papiers waren kräftiger umgebrochen, als es nötig schien. Der Bruch sah aus, als habe man ein steifes Papier, das kräftig zusammengefaltet gewesen, geöffnet und unter Benutzung der alten Knifffalten nach der anderen Seite umgebrochen. Diese Wahrnehmung genügte. Es war mir klar, dass man den Brief wie einen Handschuh umgewendet, in seine ursprüngliche Form zurückgefaltet und mit einem neuen Siegel versehen hatte. Ich verabschiedete mich von dem Gesandten und entfernte mich. Eine goldene Schnupftabakdose ließ ich auf dem Tisch zurück. Am anderen Morgen sprach ich vor, um die vergessene Dose zu holen und wir waren bald wieder in das interessante Gesprächsthema verwickelt, das uns am Tage vorher so eifrig beschäftigt hatte. Plötzlich aber ertönte gerade unter den Fenstern des Gesandtschaftspalais ein Pistolenschuss, gefolgt von Angstschreien und lärmenden Ausrufen einer erregten Menge. D. eilte an ein Fenster, riss es auf und blickte hinaus. Inzwischen trat ich zu dem Kartenhalter, nahm den Brief, steckte ihn in die Tasche und ersetzte ihn durch ein Faximile, was sein äußeres Aussehen anlangte, das von mir zu Hause sorgsam hergestellt worden war. Die Chiffredés hatte ich mit Hilfe eines aus Brot geformten Petschafts leicht nachahmen können. Die Ruhestörung auf der Straße war durch das verrückte Gebaren eines Mannes verursacht worden. Er hatte in eine Gruppe von Weibern und Kindern einen Flintenschuss abgegeben. Es stellte sich aber heraus, dass es ein Blinder-Schuss gewesen war und man ließ den Burschen als harmlosen Narren oder Betrunkenen laufen. Als ich die Menge verlaufen, trat D. vom Fenster zurück, wo ich ihm gefolgt war, nachdem ich meinen Raub in Sicherheit gebracht hatte. Bald darauf verabschiedete ich mich. Der anscheinende Wahnsinnige war ein von mir bezahltes Subjekt. Welche Absicht verfolgen Sie damit? fragte ich, dass Sie den Brief durch ein Faximile ersetzten. Wäre es nicht besser gewesen, ihn gleich beim ersten Versuch zu ergreifen und davon zu laufen? D., erwiderte Dupin, ist ein kühner Bursche voll großer Tatkraft und seine Dienerschaft ist dem Blind ergeben. Hätte ich den tollen Versuch gemacht, den Sie da vorschlagen, so hätte ich das Ministerpalais wohl kaum mehr lebend verlassen und die guten Pariser hätten nichts mehr von mir gehört. Doch war es nicht das Bedenken alleine, was mich zurückhielt. Sie kennen mein politisches Vorurteil. Im vorliegenden Fall bin ich ein Parteigänger der betreffenden Hohendame. 18 Monate hat der Minister sie in seiner Gewalt gehabt. Jetzt hat sie ihn in der ihrigen. Denn da er nicht weiß, dass er den Brief nicht mehr besitzt, wird er sein herausforderndes Wesen beibehalten. Er wird sich also selbst den Sturz bereiten, der ebenso plötzlich als beschämend für ihn sein wird. Mag man über das Faxilis des Zensus Averno sagen, was man will? Bei allem Emporkommen gilt das, was die Catalani von Singen sagen. Es ist viel leichter hinauf, als hinunterzukommen. In unserem Fall hier habe ich kein Mitgefühl mit dem, der da stürzt. Er ist ein Monstrum Horrendum, ein genialer Kopf, ohne edle Grundsätze. Ich gestehe aber, dass ich etwas darum gäbe, in dem Augenblick seine Gedanken lesen zu können, wenn er sich durch das veränderte Benehmen derjenigen, die der Präfekt eine gewisse Person nennt, veranlasst sieht, den Brief zu öffnen, den ich ihm in den Kartenhalter gesteckt habe. Wieso? Haben sie ihm etwas hineingeschrieben? Nun, es schien mir nicht ganz recht, das Innere leer zu lassen. Das wäre ja beleidigend gewesen. D. spielte mir einst in Wien einen schlimmen Streich und ich versicherte ihm damals halb scherzhaft. Ich würde ihm das nicht vergessen. Ich hielt es also in der Überzeugung, dass er begierig sei, zu erfahren, wer ihn so überlistet hatte, für schade, ihm nicht einen Anhaltspunkt zu geben. Er kennt meine Handschrift gut und so schrieb ich ihm mitten auf das Weiße Blatt die Worte ein tödlicher Zweck nicht würdig des Atreus. Tieste hat ihn verdient. Sie stehen in Gréviants Atreus. 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 Vielen Dank.